Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, dass wir Menschen ja Tendenzen dazu haben, oder es uns irgendwie scheinbar einfacher fällt, auf das Schwierige und das Ausfordernde zu schauen, auf das Dunkle zu schauen. Und das Schöne und das Gute und das Erfreuliche, da scheinen wir manchmal gar nicht so wahrzunehmen. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen und ich habe gelesen, dass Untersuchungen im Feld der Psychologie, die sagen, dass unser Hirn nur gerade einmal 3 Sekunden braucht, um einen negativen Eindruck zu speichern. Dafür braucht unser Hirn 14 Sekunden, also viermal so lange, um einen positiven Eindruck, um etwas Erfreuliches auch abzuspeichern, also eine gute Erinnerung. Also, wenn du jetzt in diesen Tagen schöne Sachen erlebst, etwas, wo du dich darüber freust, einen schönen Anblick oder so, dann solltest du also 14 Sekunden innehalten, dass dein Hirn nachkommt, dass das auch richtig schön ist und dass das auch bleibt. Man spekuliert darüber, warum das so ist. Es gibt natürlich verschiedene Theorien. Viele meinen, das hat damit zu tun, dass unsere Vorfahren, wie auch immer, noch mehr mit Gefahren um sich herum gelebt haben. Es war noch nicht so angenehm und gemütlich, wie heute bei uns im Besten. Und darum musste man immer die Umgebung ganz genau beobachten, wenn das die nächste Gefahr auftaucht. Darum seien unsere Hirne eher aufs Negative ausgerichtet und eben nicht aufs Erfreuliche und aufs Schöne. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, jetzt am Anfang von diesem Gottesdienst, dass wir ja immer wieder jetzt aktuell mit herausfordernden Nachrichten konfrontiert sind. Segen das eben Kriegen, segen das süchtige Krisen, finanzielle Krisen, ökologische Krisen, aber auch persönliche Herausforderungen. Vielleicht haben wir mit den steigenden Lebenskosten zu kämpfen, steigende Krankenkassenprämien usw. Dazu kommt, dass das ja die dunkle Jahreszeit ist. Es ist gefühlt irgendwie, ich weiss auch nicht, 75% vom Tag einfach dunkel. Und wenn man dann unter dem Nebel ist, ist es irgendwie den ganzen Tag düster. Und dann ist noch die Fensterzeit. Und auch diese Zeit ist ja nicht für alle Menschen einfach nur schön und voller Freude. Sondern auch diese Zeit kann für viele herausfordernd sein. Dann habe ich noch gelesen, letztens der Gesundheitsbericht der Schweiz 2022 hat herausgefunden, dass es besonders der jüngeren Altersgruppen, so um die 20, über die letzten Jahre zunehmend psychisch schlechter geht. Und in all dem Sinne kann man sich jetzt fragen, ja, wo finden wir da noch Freude? Wo haben wir da noch irgendetwas, wo wir uns darüber freuen können? Und die Frage ist ja wirklich berechtigt, weil die Fensterzeit müsste doch eine Zeit der Freude sein. Und ich glaube mir, alle sehnen uns irgendwo durch, nach ein bisschen Freude. Und die Kinder, die tun es uns ja eigentlich schön vorzeigen. Ich meine, meine Jungs, ich habe das Gefühl, die sind in einer dauernden Höhe im Moment. Die sind dauernd irgendwie aufgetragen, weil sie so voller Vorfreude sind für all das, was kommt. Und all die Geschenke, wo sie sich darauf freuen. Aber wie ist das bei uns Erwachsenigen? Ich weiss jetzt nicht, ich habe noch niemanden so gesehen, der nur um den Hibbeln, weil er sich so freut auf diese Jahreszeit. Wo finden wir Freude? Wo gehen wir hin, um Freude zu finden? Finden wir Freude in all diesen Firmen oder Weihnachtsanlässe, die es jetzt gibt? Und Weihnachtsmärten finde ich super, wir waren auch am Weihnachtsmärten, es ist alles gut. Die Frage ist, finden wir dort Freude? Ich hoffe ein bisschen. Oder vielleicht denken wir, ja, wir müssen fester feiern, so wie wir da gesehen haben, so Weihnachtsfamilienfester vorbereiten. Finden wir dort unsere Freude drin? Ich hoffe schon auch ein bisschen, dass es nicht nur etwas Negatives ist. Vielleicht finden wir dort Freude. Vielleicht denken wir auch, wir finden Freude drin, wenn wir uns etwas leisten. Ein Schnäppchen vom Black Friday oder eines von diesen Schnäppchen, wo es im Moment überall unter die Nase gerieben wird. Einfach dort, glaube ich, hat es nicht viel mit Freude zu tun. Weil Hirnforscher sagen uns, dass das pure Manipulation ist. Und es einfach darum geht, dass unser Hirn für den Moment ausgeschaltet wird. Schreiende Angebote und der Teil vom Hirn, der eigentlich dafür zuständig ist, dass wir schlaue Entscheidungen treffen, werden ausgeschaltet. Also, das ist reine Manipulation. Und wenn wir uns etwas Schönes leisten, dann ist die Freude auch nicht mega lang rum. Die Frage ist wirklich, wie sieht die echte Freude aus? Wo finden wir echte Freude in diesen Wochen? Interessant ist, dass die Bibel ganz viel von Freude spricht. Und die Freude, die die Bibel davon spricht, ist eine Freude, die nicht nur dann aufkommt, wo es so eine kurze Freude ist. Eine Freude, wenn wir uns etwas leisten oder wenn wir uns etwas netzes zu lieb tun oder so. Sondern es ist etwas Tiefferes. Und auch interessant finde ich, dass die ganze Weihnachtsgeschichte ganz viel mit Freude zu tun hat. Das Thema Freude ist omnipräsent in der Weihnachtsgeschichte. Und das ist eigentlich interessant, weil die Umstände nicht so gefällig gewesen sind, wie man sich eine freudige Zeit vorstellen würde. Und heute schauen wir uns etwas an. Was ist denn das Wesen dieser Freude, die Weihnachten davor hat? Was ist die Dessenz dieser Freude? Und auch die grosse Frage, wie finden wir zu dieser Freude? Was ist der Weg zu dieser Freude? Genau. Wir fangen an mit der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte fängt ja damit an, dass eben Maria, die wir heute schon kurz davon gehört haben, die Nachricht bekommt, dass sie ein Kind bekommt, dass Gott in ihren Retter herwachsen lässt. Und gleichzeitig erzählt der Engel noch, dass eine Verwandte von Maria, Elisabeth, auch schwanger ist, obwohl sie schon sehr alt ist. Und obwohl eigentlich keine Chance bestanden hat, dass sie noch ein Kind bekommt. Und Maria macht sich dann auf den Weg zu Elisabeth. Und sie treffen sich. Und dort, die Begegnung, die ist voller Freude. Und das ist eines der grossen Themen. Lass uns das mal zusammen anschauen. Lukas 1, Versen 41 und 42. Dort heisst es folgendes. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Also da haben wir schon mal gefreut. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter allen Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Jetzt das Wort, das Elisabeth hier braucht für gesegnet, ist im griechischen Verb, oder das Wort Makarios. Und das braucht Jesus auch, zum Beispiel in den Seligpreisungen. Und das Wort Makarios kann auch übersetzt werden mit glücklich ist oder freuen darf sich. Freuen darfst du dich. Und was Elisabeth hier sagt, kann man also eigentlich auch übersetzen, oder könnte man so sagen, dass sie zu der Maria sagt, du bist die glücklichste und die fröhlichste unter allen Frauen. Du bist die gesegnetste, du bist die fröhlichste, du bist die glücklichste unter allen Frauen. Und wie gesagt, wer die Geschichte ein bisschen kennt, weiss, dass die Umstände von dieser Schwangerschaft nicht nur einfach schön und angenehm waren. Das war nicht eine planete und lang vorbereitete Schwangerschaft von der Maria. Wie gesagt, Maria war wahrscheinlich sehr jung, sie war erst verlobt. Sie ist dann schwanger geworden. Josef fand, ja nein, das tue ich mir nicht an. Hat sie verlassen. Hat dann zum Glück noch eine Begegnung gehabt mit einem Engel. Und dazu ist ja noch gekommen, das Gerede, das wahrscheinlich eben Maria damit konfrontiert war. Und das könnte übrigens auch ein Grund sein, warum sie zu Elisabeth geht. Weil sie vielleicht einfach mal ein Zeitchen hat raus müssen, aus dem Dorf Nazareth, aus dem Gerede vielleicht auch. Also, das sind nicht Umstände, wo eben einfach schön und angenehm und besinnlich sind. Aber wie wir es schon gehört haben, Maria ist trotz allen Umständen voller Freude, weil sie dann eben sagt, oder ganz kurz nochmal der Vers 46 und 47, wo sie sagt, Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Und da können wir schon mal etwas festhalten, über das Wesen der Freude. Freude ist nicht nur die zu finden, wo alles um uns herum den Umständen entspricht, wo wir es gerne hätten. Wo alles um uns herum so richtig gemütlich und angenehm und besinnlich und ruhig ist. Nicht nur dann ist Freude zu finden. Und Freude ist auch nicht nur dann zu finden, wenn wir uns abkapseln von allem um uns herum und denken, ich will nichts zu tun haben mit all dem Schlimmen, was in dieser Welt passiert. Auch dann ist nicht Freude zu finden. Sondern Freude sollen wir finden und suchen gerade mitten im Schweren. Freude ist mitten im Schweren, zu suchen und zu finden. Das ist ein wichtiges Wesen der Freude. Und das Thema der Freude bleibt dann eben sehr präsent in dieser Weihnachtsgeschichte, wo dann Jesus tatsächlich geboren ist, bei der Geburt. Heisst es nachher im Kapitel 2, ab Vers 8. Das ist eigentlich die berühmte Weihnachtsgeschichte, wo es dann heisst, in der Gegend von Bethlehem waren Hirten draussen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihren Herden. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und grosse Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk grosse Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und dieser Vers eigentlich, Vers 10 und 11, hier vom Kapitel 2, ist eigentlich die zentrale Botschaft von Weihnachten. Das ist die zentrale Botschaft, die die Engel den Hirten weitergeben. Und die schauen wir uns kurz ein bisschen näher an. Wir finden hier drei Sachen, sagen wir mal, vom Wissen der Freude. Das Erste ist, es geht von der Angst hin zur Freude. Sie sagen am Anfang, fürchtet euch, hebt keine Angst. Und das ist eine Aufforderung, die in der Weihnachtsgeschichte immer und immer wieder auftaucht. Der Josef, bei der Maria, bei der Hirte, kommt immer wieder das, hebt keine Angst. Und es ist nicht nur eine nette Begrüßungsform so, heutzutage habt keine Angst, sondern es ist eine Aufforderung, hebt keine Angst, weil, naheliegenderweise, die alle wahnsinnig Angst hatten. Also es ist nicht nur ein netter Gruß gewesen, sondern es ist ein Wegweiser. Und ich glaube, es ist auch ein Wegweiser für uns. Auf dem Weg von Jesus, auf dem Weg mit Jesus, ist es eines der grossen Ziel, dass wir uns immer mehr von der Angst von der Sorgen, von der Wut, die vielleicht unser Leben immer wieder erfüllt, hinbewegen zu tiefer, unerschütterlicher Freude. Das ist eines der grossen Ziel von unserem Leben, von der Angst zu der Freude, von der Angst zu einer tiefer, unerschütterlicher Freude. Und dann etwas Zweites bei dieser Aussage von den Engeln ist, dass es eine grosse Freude für alle ist. Jetzt im Griechischen wird gross, heisst ursprünglich dort im Text Megalen. Also unser Wort mega kommt von dort. Und was eigentlich die Hirten da sagen, es ist eine mega grosse Freude. Es ist nicht nur so, wir freuen uns, sondern es ist eine mega grosse Freude. Und ich habe überlegt, mit was könnten wir das vergleichen, die Art von Freude. Stell dir mal vor, es kommt jetzt jemand da gerade in den Raum hinein und würde dir eine Nachricht überbringen von dem, was du dir schon lange vorgestellt, erhoffst, dafür gebetet hast. Stell dir vor, es kommt jemand rein und sagt, der Krieg in Gaza ist vorbei und alle haben sich wieder gern und alle umarmen sich. Das wäre doch ein Grund für Freude. Oder der Krieg in der Ukraine ist vorbei und es ist wieder Frieden. Oder es kommt jemand rein und sagt, hey, die Prüfung, die du geschrieben hast, letzte Woche, du hast sie bestanden, deine Abschlussprüfung, du hast sie geschafft. Oder der Job, wo du dich dafür beworben hast, du hast ihn überkommen. Dann kommt doch Freude in uns auf. Mega grosse Freude. Und um so eine Art von Freude geht es da. Das Schockierende jetzt da noch bei der Aussage von den Englern ist, dass es eine Freude ist für alle. Es ist nicht nur eine Freude für die Reichen oder für die Mehrbesseren damals in Israel. Es ist nicht nur eine Freude für die, die sich das leisten können oder eine Freude für die, die gerade Zeit dafür haben, sondern es ist eine Freude für alle. Besonders für die Ausgeschlossenen, besonders für die Armen, für die Randständigen, für die, die eigentlich nicht viel Grund zur Freude haben. Ist es eine mega Freude. Und was wir uns auch noch vorstellen können, ist, die Hirten damals, das sind wahrscheinlich Kinder gewesen. In diesen Ländern im Nahen Osten, bis heute auch in Afrika, sind es meistens Kinder, die Hirten sind. Und es kann gut sein, dass das Kinder waren, die dort Englern zu ihnen gekommen sind. Und wir wissen von Kindern, wenn sie etwas, Freude haben an etwas, dann übersprudelt das. Und darum heisst es dann später in diesem Text, sind die Hirten überall rumgegangen und haben von dieser Freude erzählt, weil sie diese übersprudelnde Freude nicht haben für sich behalten können. Weil sie so eine mega Freude gewesen ist. Und dann, wenn wir noch kurz hinschauen, was denn die erfreuliche Nachricht gewesen ist. Der Engel spricht eben da von einer guten Nachricht. Oder er braucht eigentlich den Begriff Evangelium. Und der Begriff, das ist nicht ein christlicher Begriff Evangelium, sondern er ist eigentlich gebraucht worden, damals in der Zeit, bei den Römern, zum Ankündigen, wenn ein Krieg zum Beispiel gegangen wurde, ist das Evangelium gewesen. Wenn es wieder Frieden gegeben hat, ist das Evangelium gewesen. Wenn ein neuer König ab Macht kam, ist ein neuer Kaiser, ist das Evangelium gewesen. Gute Nachricht für alle Leute, dass es einen neuen König gibt. Und da ist es eben Evangelium, dass ein neuer König geboren ist. Aber einer ganz anders, wie man es sich vorstellt. Interessant ist auch, was die Engel nicht als gute Nachricht bezeichnen. Sie sagen nicht, hey, gute Nachricht ist, dass du nach deinem Tod in den Himmel kommen wirst, liebe Hirte. Sie sagen auch nicht, gute Nachricht ist, dass du das Glauben allein gerettet bist. Das ist vielleicht das, was wir heute als Evangelium bezeichnen würden. Sie sagen auch nicht, gute Nachricht ist, dass du reich wirst sein und nie wirst krank sein. Sondern die gute Nachricht ist, dass jemand geboren ist. Dass ein Retter geboren ist. Dass der Retter geboren ist. Und sie sagen dann da, es ist Christus. Und Christus war nicht der Nachname von Jesus, Jesus Christus, sondern es war der Titel. Christus heisst Messias. Messias heisst der König, der Gesalbte. Der neue König von dieser Welt ist geboren. Und nachher sagen sie, Christus, der Herr. Und auch da wieder, es ist nicht wie der Herr Benjamin Leuenberger, sondern der Herr ist im griechischen Kyrios. Und Kyrios ist im Alten Testament der Ausdruck, den man gebraucht hat, für Gott. Also sie sagen, der König ist geboren, Gott selber. Sie sagen, Gott selber ist in die Welt reinkommen. In die Dunkelheit, ins Durcheinander, ins Ganze, in die ganze Bosheit von dieser Welt ist Gott selber reinkommen. Er greift ins Geschehen von dieser Welt ein. Die gute Nachricht von Weihnachten ist, dass Gott die Welt nicht ihrem Schicksal überlässt und sagt, hey, schaut ihr mal, was ihr da macht. Sondern Gott taucht selber ein, in die Dunkelheit und in die Abgründe von dieser Welt. Jesus bringt ein neues Königreich, ein Königreich von der Hoffnung, von der Freude, von Frieden. Also man kann sagen, die mega Freude von Weihnachten ist, dass Gott aktiv wird. Dass er sich einlässt auf die Welt, dass er Mensch wird, dass Gott selber Mensch wird und eingreift in die Person von Jesus Christus. Das ist die grosse Freude, das ist das Wesen der Freude, dass Gott eingreift. dass er die Welt nicht sich selber überlässt. Jetzt magst du vielleicht denken, ja schön, schön, dass das die Nachricht ist und so, aber ich jetzt persönlich erlebe die grosse Freude so in meinem Leben irgendwie nicht so. Haut mich jetzt nicht gerade vom Sockel die Nachricht von Weihnachten. Also ich sehe, ich sitze alle noch, wir sind jetzt alle, auch nicht alle so, so total begeistert und kumpelt umeinander. Klar, wir sind Schweizer und wir sind alle erwachsen und so. Aber vielleicht könnte es auch daran liegen, dass wir denken, dass Freude einfach ein Gefühl ist. dass Freude einfach ein Gefühl ist, wo kommt und geht und wir null Einfluss haben. Ja, heute habe ich halt ein bisschen Freude, heute Nachmittag halt nicht mehr. Morgen kommt es vielleicht wieder und am Dienstag wieder nicht mehr. Aber ich meinte, dass Freude mehr ist als ein Gefühl. Freude ist schon ein Gefühl, aber Freude ist auch noch mehr als ein Gefühl. Vergleichbar mit Hoffnung, vergleichbar mit Liebe. Liebe und Hoffnung sind nicht nur Gefühle, sondern wir können uns entscheiden für Hoffnung, wir können uns entscheiden für Liebe, wir können Sachen tun, wo Liebe zum Ausdruck bringen, wir können Sachen tun, wo unsere Hoffnung zum Ausdruck bringt. Freude ist auch ein bisschen wie Frieden. Das hängt draussen. Frieden ist etwas, wo wir uns dafür einsetzen und auch ein Gefühl, das wir haben können. John Mark Homer hat Folgendes gesagt, er hat gesagt, unsere Beziehung zur Freude ist nicht einfach passiv, sondern aktiv. Wir haben nicht nur, die Freude kommt nicht nur einfach so und geht wieder, sondern wir können Sachen tun, wo die Freude in uns geweckt wird. Wir können Freude wählen, wir können Schritte in die Richtung tun, damit Freude in uns aufkommt. Und über das möchte ich noch ein bisschen reden, weil was wir beim Lukas so in Geschichtsform sehen, nämlich, dass es da Frauen hat, die alles andere als schöne Umstände haben, aber ganz viel Freude erleben. Das tut Paulus in seinem Brief an Philipp sehr schön zusammenfassen, wo er über die Freude schreibt. Und ich möchte euch den Abschnitt vorlesen, das sind vier Vers aus Philipp 4. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Abschnitt. schreibt, der Paulus schreibt im Philippabrief, freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. Ich sage es noch einmal, freut euch. Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. Der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, achtet auf das, was wahr ist, würdig und gerecht, was rein ist, liebenswert und Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Offensichtlich hätte Paulus auch Freude, nicht nur als ein Gefühl verstanden. Weil er da gerade zweimal seinen Leuten in Philippi sagt, freut euch, freut euch. Ich meine, wenn Freude nur ein Gefühl ist, Gefühle kannst du nicht befehlen. Du kannst niemandem sagen, fühle dich gut. Nützt nicht viel. Und trotzdem sagt Paulus da, freut euch. Und ich glaube, wir finden in diesem Text mindestens drei konkrete Schritte, den wir tun können, in die Richtung der Freude. Und das Erste ist Dankbarkeit einüben. Er sagt im Vers 8, oder nein, irgendwo Vers 6, dass unser Gebet von der Dankbarkeit prägt sein soll. Alles, was wir bitten, sollen wir in Dankbarkeit tun. Ähnlich macht es Maria auch. Maria lobt Gott, sie dankt ihm, obwohl noch nicht alles so gut ist, wie es sich vorstellen können. Wenn wir Gott unseren Dank aussprechen, dann werden wir automatisch Gott näher kommen. Wenn wir Gott unseren Dank aussprechen, kommen wir ihm automatisch näher. Und darum ist es etwas, ich habe in den letzten Wochen angefangen, bewusster wieder Dankbarkeit in mein Leben einzubauen. Ich versuche das Erste, das ich am Morgen mache, wenn ich meinen Kaffee parat mache, weil das ist das aller Erste am Morgen, dann versuche ich beim Kaffee vorbereiten. Gott danken für mindestens drei Sachen. Wenn wir keine drei Sachen sind, kommen immerhin für das Kaffee. Aber dort fängt es an. Mit was füllen wir unsere Gedanken am Morgen früh? Und etwas, was wir auch machen, ist am Abend, wenn die Jungs ins Bett gehen, sitzen wir mit ihnen und beten. Immer ein Teil ist davon, dass sie auch Danke sagen. Mich bewegt es jedes Mal sehr, wenn meine Jungs Gott Danke sagen für all das Vielen, was sie haben. Gerade der Älter formuliert das immer wieder so radikal, weil er sagt, wir haben einfach alles, was wir brauchen und so viel mehr und er bringt so viel Dankbarkeit zum Ausdruck. Und das berührt mich jedes Mal. Aber es geht noch ein bisschen darüber aus. Ich glaube, es gibt auch noch eine Grundhaltung von Dankbarkeit, die es gut ist, wenn man sie einübt. Und zwar sagt die Grundhaltung, alles, was ich in meinem Leben habe, ist ein Geschenk. Das Leben selber ist ein Geschenk. Und die Grundhaltung der Dankbarkeit sagt, auf nichts in meinem Leben habe kein Anrecht auf einen guten Job. Ich habe kein Anrecht auf ein gutes Haus. Ich habe kein Anrecht, dass ich in der Schweiz in so einem schönen Land lebe. Sondern es ist alles nur Geschenk. Ich zucke innerlich immer ein bisschen zusammen, wenn ich Leute höre, die hier in der Schweiz leben und sagen, es ist eine schwierige Zeit, in der wir hier leben. Ich denke dann immer so, yeah, ich denke jetzt an die Leute vielleicht im Gazastreifen, ich denke an die Leute im Südsudan, ich denke an meine Eltern in Westafrika und denke so, naja, wir haben es doch einfach schon kein gut getan in der Schweiz. Und wenn wir sagen, wir haben es so schwierig, ist das Jammern auf wahnsinnig hohem Niveau weltweit gesehen. Und ich weiss nicht, ob das wirklich eine Zeit ist, in der uns so grausam schlecht geht. Und zu dieser Dankbarkeit kann auch beitragen, dass wir uns einfach mal zufrieden geben mit dem, was wir haben. Ganz bewusst. Es wäre ziemlich radikal, wenn wir zum Beispiel mal sagen, diese Weihnachten leisten wir uns einfach nichts. Wir kaufen uns nichts. Wir schenken uns selber mal nichts. Weil wir einfach zufrieden sind mit all dem Willen, was wir haben. Ich finde das noch herausfordernd, was Magnus Malm schreibt, das ist ein schwedischer Autor, er sagt, es gibt ein segensreiches, unscheinbares Wort, das heutzutage äusserst selten gebraucht wird. Genug. Wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in einer Wirtschaftszeit, wo alles davor lebt oder alles uns zuschreit, dass wir einfach noch mehr brauchen. Wir brauchen noch mehr Material, für was auch immer. Wir brauchen noch mehr Erlebnisse, weil wir haben bis jetzt zu wenig Erlebnisse gehabt. Wir brauchen noch mehr Weiterbildung, weil wir wissen, noch zu wenig. Wir brauchen noch mehr, mehr, mehr. Aber Dankbarkeit ist die Haltung, auch mal zu sagen, hey, ich habe genug. Und ich glaube, in dieser Haltung der Dankbarkeit liegt ganz, ganz viel Freude. Einfach die Freude darüber zu haben, dass wir genug haben, dass wir mehr als genug haben. Ich glaube, Dankbarkeit ist tatsächlich eine Autobahn zur Freude. Und wenn wir das mehr in unser Leben reinbringen, dann wird auch mehr Freude da sein. Das Zweite, was Paulus darüber spricht, in diesen Versen, ein zweiter Weg der Freude ist, sich Gott näher. Er schreibt so schön im Vers 5, dass Gott nahe ist. Gott ist nahe. Ich habe früher immer gedacht, es bedeutet, dass Jesus bald wieder kommt, dass man in dieser Endzeit lebt. Ich meinte, es ist etwas ganz anderes. Er sagt, Gott ist nahe. Er ist jetzt da. Die Frage ist, wenn Gott nahe ist, was haben wir für ein Bild von Gott? Wie stellst du dir Gott vor? Stellst du dir Gott vielleicht so ein bisschen mürrisch vor? Vielleicht ein bisschen uninteressiert, weil er ja so viel anderes zu tun hat in dieser Welt? Stellst du dir Gott vielleicht sogar ein bisschen vorwurfsvoll vor? Weil du dir denkst, ich habe es nicht ganz hergekriegt diese Woche, was ich alles hätte müssen. Wenn wir der Quelle der Freude zu gehen, und die Quelle der Freude ist Gott selber. Im Psalm 16, Vers 11, dort heisst es, das ist übrigens ein Trauvers, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Die Quelle der Freude ist Gott. Es mag dich vielleicht überraschen, aber Gott ist das fröhlichste Wesen im ganzen Universum. Es gibt niemand Fröhlicheres als Gott selber. Und das bedeutet nicht, dass Leiden auf dieser Welt ihm egal ist, dass er nicht trauert über all dem Schlimmen, was in dieser Welt passiert. Weil Freude und Leiden sich nicht gegenseitig ausschliessen. Aber Gott in sich, Vater, Sohn und Heilig Geist, das ist eine Quelle der Freude. Das ist pure, unerschütterliche Freude am Sohn und der Sohn hat die Freude am Vater und Jesus hat die Freude am Heiligen Geist und sowieso das innerste Leben von Gott ist geprägt, ist pure Liebe, pure Freude, pure Frieden. Und überleg dir mal Folgendes. Wenn du in diesen Tagen mal so richtig kalt hast, das ist mir in den letzten Tagen sehr oft passiert, ich weiss auch nicht warum, was machen wir dann? Wir gehen doch in die Nähe der Wärme. Wenn wir ein Feuer zu Hause haben, gehen wir in die Nähe der Wärme. Oder wenigstens kuscheln wir uns in eine warme Decke rein. Und genauso ist es mit Gott. Wenn Gott die Quelle aller Freude ist, müssen wir in seine Nähe kommen, zu seiner Wärme kommen. Dann müssen wir uns täglich in die Freude von Gott kuscheln, wie in eine Kuscheldecke rein. Und darum ist es so wichtig, dass wir täglich die Nähe von Gott suchen. Weil wir jeden Tag wieder neu die Freude von ihm brauchen. Das ist der Grund, warum die Zeit am Morgen mit Gott so wichtig ist. Weil das ein Ort ist, meine Freude wieder aufgetankt wird. Und ich merke, ich brauche das. Sonst tendiere ich immer wieder sehr schnell zu zu melancholisch hoffnungslosen Gedanken. Und das Letzte beim Paulus da, er redet noch von einer Neuausrichtung von Gedanken. Auch dort ist Freude zu finden. Er schreibt im Vers 8, das ist so ganz zentraler Vers, finde ich, er sagt, im Übrigen Brüder und Schwestern, achtet auf das, was wahr ist, würdig und gerecht, was rein ist, liebenswert und Lob verdient. Achtet darauf, dass ihr euch richtig verhaltet und Anerkennung bekommt. Was wir heutzutage in den Medien, in den Nachrichten, in vielen Filmen, in vieler Unterhaltung mit bekommen, ist das Gegenteil von dem, was Paulus da schreibt. Es gibt da ganz viel Unehrliches, ganz viel Unwohres, ganz viel Anstössiges, wo wir über alle Medien, Nachrichten, Filme und Sachen in uns aufnehmen. Paulus sagt eigentlich, die Freude ist so wie ein Brille, wo du deine Welt durch die Ohren anschauen kannst. Wir können Brille vom Zynismus anlegen oder Brille vom Pessimismus, es wird alles immer schlimmer, es ist einfach immer so schwer. Oder er sagt, wir können Brille der Freude anlegen und uns immer mehr auf das konzentrieren, wo in dieser Welt gut und wahr und rein und schön ist. Und interessant ist, dass wenn wir uns mehr und mehr auf diese Sachen konzentrieren, werden wir immer mehr auch von diesen Sachen sehen. Und Freude wird zu einem Grundton, zu einem Grund, auch zu einem Grundgefühl von unserem Leben werden. und vielleicht ist in dieser Adventszeit nicht die Frage, wie gestaltest du diese Adventszeit mit Fester und nochmals ein Familienfest und nochmals dorthin gehen und so weiter, sondern gibt es vielleicht Sachen, wo du musstest darauf verzichten. Vielleicht Medien, vielleicht Filme, vielleicht etwas, wo du merkst, da nehme ich zu viel von dem Negativen, zu viel von dem Unwahren, zu viel von dem Unreinen in mein Leben auf und das nimmt mir die Freude weg. Und darum müsste vielleicht etwas an dem ändern. Ich werde langsam zum Schluss kommen. Die Band darf sich schon mal auf den Weg hier wieder auf die Bühne machen. Ich habe mit dieser Frage gestartet, wo ist Freude zu finden? Und ich möchte nochmals betonen, ich glaube, Freude ist mehr als ein Gefühl. Und wenn du dich nach Freude sehnst, dann wend dich an Gott er ist die Quelle der Freude. Bei ihm ist Freude zu finden. Und in einer Welt, wo scheinbar das Negative überhand nimmt, wo die negativen Nachrichten immer läuter sind, ist Freude nicht nur einfach so ein schöner Zusatz, egal ob man den hat oder nicht, sondern Freude ist etwas grundlegend Wichtiges. Und darum gefällt mir der Satz von Bono, von joy is an act of defiance. Auf Deutsch Freude ist eine Trotzreaktion. Freude ist nicht nur einfach etwas, was wir manchmal haben oder nicht haben, sondern etwas, was wir unser Leben sollen darauf ausrichten. Und darum lade ich euch ein, in diesen Wochen auf Weihnachten hin, dass wir uns trotzig auf die Freude ausrichten. Dass wir da nicht einfach einen Zufall überlangen, sondern dass wir anfangen, unsere Gedanken statt nur aufs Schwere und das Ausfordernde und das Negative auszurichten auf Gott. Und dass wir anfangen in diesen Tagen ganz bewusst die Nähe zu Gott zu suchen. Weil er die Quelle ist von aller Freude. Und in dem immer mehr aufzählen und ihm sagen, für was wir dankbar sind. Das Leben als Geschenk anschauen. Alles, was wir hier als Geschenk anschauen. Und dann glaube ich, dann kann wirklich echte, unerschütterliche Freude immer mehr in unser Leben reinkommen. Paulus hat das so schön gesagt im 2. Korinther 6. Er hat gesagt, wir erleben Dinge, die uns traurig machen. Jawohl, es ist so in dieser Welt. Und sind doch immer voller Freude. Die beiden Sachen schliessen sich nicht aus. Sondern wir dürfen Freude finden smith dieser Herausforderung. Ich möchte jetzt einfach noch beten und ich lasse euch ein dazu aufstehen für das Gebet. Um vielleicht einfach Gott zum Ausdruck zu bringen, wir sind jetzt da und wir möchten unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und wir möchten uns füllen lassen von seiner Freude. Und Heilige Geist ich lade dich jetzt einfach ein. Du bist der Geist von der Freude. Und ich bitte jetzt gerade für all die, die wenig Freude spüren in ihrem Leben, die vielleicht ein schwieriges Jahr, schwierige Wochen, herausfordernde Begegnungen hinter sich haben, die selber vielleicht mit gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die in der Familie vielleicht grosse Herausforderungen haben. Jesus, du sagst nie, dass wir uns von der Realität dieser Welt abwenden sondern dein Geschenk ist, dass du uns in den Herausforderungen und im Schmerz eine Freude schenkst, die weit über das ausgeht, was wir uns vorstellen können. Und so bitte ich dich um eine tiefe, unerschütterliche Freude in unserem Leben. Und Jesus, wir haben so viel, wo wir dankbar sein dafür, dass wir leben dürfen, dass wir hier sein dürfen, dass wir so ein schönes Gebäude haben dürfen, dass wir so eine tolle Kirche haben, dass wir in so einem Land leben dürfen, wo so viel Sicherheit und so viel Wohlstand da ist. Und wir wollen dir einfach von Herzen Danke sagen. Und wir wollen es nicht für selbstverständlich nehmen. Und wir danken dir, dass du mit uns auf einem Weg bist. Ein Weg von immer mehr Freude und immer weniger Angst. Amen.